Vielen Dank für die super Show. Marian ist wirklich ein Fotograf, also wirklich, die Fotos sind 1A geworden. Die sind wirklich super geworden. Und vielen Dank an Eugen für die tolle Moderation, für die tolle Show, für einfach alles. Danke. Dank dir ist unsere Hochzeit überhaupt so geplant verlaufen. Ich will gar nicht wissen, was sonst alles passiert wäre ohne dich. Ja, wohl wahr. Ja, der Rest war alles super. Ich könnte nicht zufriedener sein. Wir haben so viel Glück mit euch gehabt und macht einfach weiter so. So ist es, ja. Dankeschön.